Der Käfer, dazu einmal die Beine 90 Grad anheben, Zehenspitzen anziehen, beide Hände nach oben und dann bewegt ihr immer das Gegengleich, die Hand und das Bein, nach vorne und nach hinten. Wichtig bei der Übung, der Rücken bleibt die ganze Zeit am Boden und ihr versucht den Bauch anzuspannen, als ob ihr einen Schlag reinbekommt.